Herzlich Willkommen bei Clash of Clans in Clans Play City. Es ist wieder das erste Video seit langem von mir. Ich zeig euch mal jetzt ein paar 3 Sterne Angriffe. Vom vorletzten und letzten Fallen Krieg. Hier haben die Gegner 12x 3 Sterne geholt, hier 17x. Jetzt haben wir mal den ersten Angriff von Massi. Da sind 3,4 Stuhldrassen. Nice. Das war ein Rathaus 12er, aber das war ein Terraschatzleiter für Rathaus 12er. Unser lieber Massi ist von hinten reingegangen. In den Adlern. In den Adlertest, weiß ich noch nicht. Aber... Der Rest darf vom Rathaus. Da hat es auch in der Flaschatzleiter reingelaufen. Das sind schöne 3 Sterne bei dieser Massi. Der nächste Sponsor, Fabi. Der nächste Sponsor, Fabi. Max, das war 12er. Max, das war 12er. Greenwalk mit Polan und Hexen. Bist du mit den Sponsor? Mit den Sponsor? Den Sponsor. Jetzt mal die Schlamburg-Locken. Die Schlamburg-Locken. Die Schlamburg-Locken. Die Schlamburg-Locken mal erledigen. Und dann mit den... Anders als Lacken rein. Aber hier, die Schlamburg-Locken. Und dann die Schlamburg-Locken. Hier haben wir das sehr, sehr reich im Außen. Man gibt es auch sehr, sehr nervig beim Anreifen. Wir machen das auch sehr, 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 sehr. Ja, das ist auch sehr, 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 sehr. und der Rest an den Kuhn ausreuen und der Rest an den Kuhn ausreuen und der Rettung zu nehmen und der Rettung zu nehmen Für die Kuhn zu nehmen und für die Kuhn zu nehmen Die Kuhn-Rettung ist eine Rettung Wunderbar. Was sollen wir hier? Ja, gucken wir uns mal. Im letzten Land. Gegen die Quantum Freak. Eigentlich ein sehr bekannter Clan. Ob das was sagt. Ja, wir haben 20 mal 3 Sterne geholt. Die nur 13. Wir haben im Clan ein Jeli. Der wollte unbedingt dass ich ein Video von ihm zeige. 3 Sterne an. Machen wir jetzt. 3 Sterne an. 4 Sterne an. 3 Sterne an. 9 mal kurz. 2 mal gut. 1 mal kurz. 3. 1x3. 2x5. 2x5. 3x5. 1x5. 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 aber das ist ein halberes das ist ein halberes das ist ein halberes das ist ein halberes das ist überhaupt nicht hart aber macht nicht richtig schade Das war's für heute. Der wird den Angriff von jedem. So dann schauen wir mal weiter oben. Hier kommt unser Fabi, der hier mit meiner angreift. Ich weiß nicht, warum ich hier mit Mauer ein bisschen reingehe. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall geht der Kürze in der Kürze. 3.5m 4.5m 5.5m 6.5m 7.5m 5.5m Und jetzt holen wir die Wünsche auf der Seite auf. Und wir sind in meinem Film-Radien-Gestand. So. Also, das wird größt. Schlammlich. Schuppenleben noch. So. 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 Sehr schön angefangen. War das dieses Dorf? Ne, das Dorf ist zu gerascht. Das schafft glaube ich auch ein Rad aus 10,3 Sterne. Die ist Dorf an, auch schon besser. Das Tor ist ein Barschwerfer, einen Ballon. Da ist Dorf da, auch schon gut. Das ist ein Barschwerfer. Das ist eine Barschwerfer, die hier dort aus der Barschwerfer. Das ist ein Barschwerfer. Das ist ein Barschwerfer. Schauen wir den Witzkopf her, nur noch die Art, was das ist. Ja, die E-Grassen sind äh, besser geworden, wir waren mal, äh, nach dem Dezember-Update etwas zu strech geworden, meiner Meinung nach, aber, ja, jetzt sind sie wieder fokken. Ne, den wollen wir nicht sehen, das ist ein bisschen, als ich es erinnere. Oh, massi. Fangen wir mal noch aneinander. Jawoll. Ich bin da noch auf der letzte Angriff, kann ich euch heute zeigen. Ähm, die nächsten Videos, äh, ja, wir müssen überlegen, was ich euch zeige. Ich bin da dran, gerne Angriff, äh, oder Patiken, oder, äh, immer noch am besten, äh, äh, dass man ein Angriffskörper braucht, dass man darauf zu achten hat. Ich könnte natürlich zählen, die ich, äh, mit den E-Kal bescheiden, äh, äh, in der Antwort, nicht, ganz gerne, sogar die Zeit, aber, äh, ja, 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 ja. Je nach Wunsch, die sitzt dann noch so, wie die übersteht. Hiermit verabschiede ich mich für heute und nächste Woche kommt dann mein nächstes Video. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder schönen Morgen, was gerade auch ist.